Ich mein, was es in Seven Days noch gar nicht gibt, sind wirklich so Mini-Boss-Zombies. Nehmen wir mal sowas wie von Day of Billions, diese ganz großen Riesen. Das ist ja wie so eine Art Mini-Boss. Ja gut, ich mein, die Polizisten gehen ja schon in diese Richtung. Naja, aber die halten halt nicht viel aus, also wenn du da im Kopf ziehst, dann ist der... Beziehungsweise die Radiator-Zombies sind ja quasi Mini-Boss-Zombies. Naja, aber das Zombie ist für mich jetzt mal ein einzelne und nicht eine ganze Ronde von diesen grünen Dingen da. Ja, halt wirklich so ein Special-Vie einfach. Was auch ein bisschen mehr kann, als nur hinlaufen und dich mal eben knüppeln. Naja, die Polizei-Zombies kotzen dich an. Die sind ja auch zum Kotzen, ne? Ja, die sind auch zum Kotzen. Achso, selber ist noch nicht oben. Na, selber ist oben, doch, doch. Doch, doch. Wie weit oben? Sehr weit oben. Sehr weit oben? Mhm. Sagst du nix? Ne, das sehe ich anders da. Hab ich jetzt wieder über das Dinget hergestellt? Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Hä, warte mal. Ich hab doch aber... Verbindung zum Schläger fehlgeservert. Nee, ich komm mal nicht mehr. Connect to the IP, äh... Aber ich hab doch Spiel... Spielfortsetzen passt doch. Und dann... Friends Only, das Passwort. Connect to the Sir... Ja, eigentlich. Ich starte nur nochmal. Aber es hat gepasst. Multiplayer ist an... Guten Abend, Deffi. Spielfortsetzen darf hier nicht. Ich starte nur nochmal gerade. Oder bin ich jetzt auf den Falschen geklickt? Aber ich glaube hier Connect to IP, also ich mein... Und? Ja, jetzt gehts gerade eh nicht. Ja, 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 jetzt ist klar. Jetzt ist er auch bei den Friends weg. Ansonsten ist man da. Die Lemon. Und ich merke gerade, dass mein Lemon Sound zu leise ist, glaube ich. Ich glaube, dem muss ich noch ein bisschen hin, für eine Rottstärke. Da ist nur so ein Münzengeklimper ganz drum geholt. Er hat einen Lemon Sound. Ah, schau, ich dachte jetzt, das ist von Total War, dieses Klingling, Klingling, Klingling. Das hört sich sehr ähnlich an, Yoshi. Okay. Sehr gut. Also jetzt ist es ganz sicher aber offen. Guck mal, ich kann sogar ein Lobby einladen machen. Hm. Ah, es kann auch gewesen sein, dass das mit dem Connect to IP irgendwie falsch war. Hm. Gut, ich hab jetzt auch nicht gehört. Ich hab einfach Freundes Spielbeitreden gemacht. Ich hab jetzt nicht mal IP connected. Waiting for Zero War. Da würde ich gleich wieder ins Hauptmeni zurückgeworfen. Hä? Huh? Dum 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 dum. Also geht's, lädt's jetzt bei irgendwen? Ja, 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 es lädt. Lädt. Okay, gut. Bei mir wird die Welt gerade initialisiert. Genau. Sehr gut. Sie wird hier in meinem Gang initialisiert. In meiner Zocker-Ecke. Äh, wie, wo waren wir eigentlich? Tag 29? Sunday is today. Keine Rückmeldung. Ja. Wie immer. Ah, wir haben ein bisschen geloodet, weiß ich. Hier ist noch das Fahrrad, was wir nicht wegkriegen. Ich weiß noch, wie ich letztes Mal übelst rum geflucht hab, weil ich x-mal meinen Loot holen musste. Vor allem, weil ich einmal durch Baksch noch gestorben. Stimmt. Ja, Cabo, du hast mich ja das letzte Mal noch abgeholt und nochmal hier, dass ich mit dem Auto zurückfahren kann. Mhm. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt direkt danach... Ja, genau. Danach bin ich noch einmal gestorben. Ich weiß nicht mehr genau, woran. Ich glaube, das war zum Teil meine Schuld. Dann bin ich mit dem Fahrrad rüber gefahren. Und dann, kurz bevor ich bei meinem Loot mit meinem Fahrrad war, bin ich mit dem Fahrrad irgendwie verbuggt und bin instant gestorben durch irgendwas. Ach ja. Durch nichts, einfach durch den Bug. Dann bin ich nochmal hochgelaufen, glaube ich. Also, das waren wir dann... Das war einfach nur... Es ging noch eine Stunde weiter und die gesamte Stunde hab ich mir verbracht, ständig zu meinem Loot zu laufen, welchen ich nicht bekommen hab. Das hat mich fertig gemacht. Du bist der Beste. Dankeschön. Okay, du bist nicht der Beste. Dass sie nicht die Beste ist. Ja, ja, ja. Ja, genau. Weil, weil, weil... Man, äh, äh... Sie muss natürlich, klar, deutlich, immer die Beste sein, ne? Muss ja neben ihr schlafen. Muss die Beste im Brötchen schmieren. Oh nein. Oh, Schloch. Was? Sag gut, dass die Lautsprecher an... Nein! Aber sie hört ja, was ich sage! Sie hört ja, was ich... Au, ah! Oh Gott! Hilf! Ich hab nichts anderes gesagt, als dass sie die Beste ist. Ja, ja. Soll sie nicht falsch verstehen. Ja, ja. Dass du die Beste bist. Hat Utvin grad gesagt. Ja. Du bist die Beste. Und danach kommt das Utvin. Weil, ist ja logisch. Ich muss ja neben dir schlafen, nicht neben Utvin. Ja, Gott sei Dank. Obwohl es ja sowieso das Mädchen ist. Oh, oh, oh. Bitte? Ach, schön. Ach, herrlich. Ja, da guckst du jetzt, gell? Das ist ein Spiel. Mhm. Nein, ich lese. Ach, du liest. So schlimm sind die Brötchen? Nein. Man kann sie essen. Hoi hoi. So. So. Ah, was wollten wir eigentlich tun haben? Guten Tag. Äh, Frage, wann kommt Dieter tot, wo wollen wir? Zwei. Hm. Müssten wir auch mal irgendwann mal machen. Auf jeden Fall. Ja, wir haben, wir haben halt jetzt. Wir sagen jetzt, mit was fangen wir an? Wir haben noch Vermintide. Auch ein größeres kleines Projektchen. Ah, ja. Wo ja endlich mal. Was ist mit den Leuten jetzt? Wir kriegen das ja nie hin von der Zeit. Bellator wär dabei. Der hat sich's ja sogar geholt. Wir, Chris, irgendwie. Wir müssen den jetzt endlich mal darauf ansprechen im nächsten Conan-Stream. Weil irgendwie... Ja, irgendwann müssen wir auch mal sagen. Irgendwann müssen wir auch mal sagen. Irgendwann müssen wir auch mal sagen. Wenn du jetzt nicht kommst die ganze Zeit, dann... Dann halt nicht. Dann komm halt irgendwann, wenn du Zeit hast. Weil wir warten ja jetzt schon wirklich gefühlt einen Monat. Äh. Etwa. Ja. 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 Was weiß ich denn da? Das weiß ich nicht. Doch eigentlich bald wieder bis krömer. Deswegen... Warum ist Herzog eh? Ich bin mir so leiser. Doco, Doco, Doco. Was? Äh. Erich würde ich gar nicht. Ich kann auch gar nicht einstellen. Du bist sehr leiser. Ich hab hier nur ein paar Zombies gerade. Das ist praktisch jetzt besser. Wow. Wow. Das ist eine kleine Welle. Äh. Jo. Max auch gerade. Oh. Da ist ein Teil kaputt. Natürlich kriege ich gleich ein Bleeding. Ähm. Ähm. Also ich hatte gesagt, müsste nicht bald wieder Blutmund sein. Ich hör dich immer noch nicht. Ich hab ja immer noch... Gute Frage, wenn wieder Blutmund ist. Ich muss mich hier eben selbst stellen. So jetzt. Warte mal hier. Könnte aber vielleicht bald wieder kommen. Bis dahin müsste man im Idealfall eigentlich schon fast unsere Betonschicht hier unten ausgekommen haben und die zweite Fallenreihe aufgestellt haben. Beton bin ich schon am Ausgießen. So jetzt. Wunderbar. Ähm. Und Utwin, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber bei der letzten Strongholdaufnahme waren hier die Alerts von D-Life drin. Äh. Ich hab's mich... Ich hab mich schon fast... Aber ich... Da kam ja fast nichts, oder? Da kam ganz selten mal was, weil die Leute machen ja komm was in der Richtung. Aber... Ich glaub, das waren in allen Folgen irgendwie insgesamt drei Stück. Ja, dann... Dann ging das noch, wenn dieses Quack nur hier und da... Aber ich hab mir schon fast gedacht, so im Hintergrund, hab ich das eigentlich ausgestellt gehabt? Es kam auch, äh... Diese Display-Benachrichtigung, also der Text. Ich mein, man merkt das ja so, oder so. Ach, der wird auch mit? Okay, interessant. Ja. Man merkt das bei dir ja so oder so, wenn man sich die Aufnahmen anguckt, dass du die im Stream immer aufnimmst, weil du immer auf irgendwas aus dem Stream eingehst. Äh... Du tust jetzt so, als wäre das ständig. Ganz selten kommt das mal vor, dass ich mal ganz kurz... Ah! Aber, aber, aber! Das merkt man aber. Holla, die Waldfinger. Ich find's cool, Utwin. Ich find's, ich find's cool. Das ist einfach so, so eine ganz normale automatische Reaktion, dass du da irgendwo was liest und dann gehst du da auch ganz explizit drauf ein. Auch wenn das ein kompletter Quergedanke in dem Moment theoretisch wäre. Also da merkt man das schon. Ich find's cool. Obwohl ich beim letzten Stream bis auf die Benachrichtigungen komme. Dazu kam den Chat zu lesen. Sonst lese ich ein bisschen aktiver. Aber da hab ich jetzt, glaub ich, fast kaum rüber geschaut gehabt. Ja, aber es gibt eigentlich sehr viele Leute, die das so machen, dass die irgendwie ein Stream einfach in Teile gestöpelt auf YouTube hochladen. Insofern find ich das nicht schlimm. Ja, also ich find's auch nicht schlimm. Ich, nur... Ich verfolg da einen derzeitig auch sehr aktiv, der macht nur Streams und, ähm, lädt dann halt das entsprechend hoch auf YouTube. Wir müssen immer noch überlegen, was wir mit dem Fahrrad hier machen. Ja, äh, entweder A, wir machen's weg oder B, wir müssen Goldkonos dazu zwingen herzukommen, aber... Oder so. Ja. Wo ist jetzt schon wieder das ganze geschmiedete Eisen? Wir hatten doch diese, diese Eisenstrips. Hab ich doch letztes Mal 100 hergestellt. Wo ist das alles schon wieder hin? Äh... Ich hab doch eben welche gesehen. Ach, wir haben jetzt nochmal extra ne Truhe bei Schmiedeergebnisse. Wieso machen wir das nicht einfach in die Crafting-Material-Kiste rein? Die ist doch eh nicht voll. Weil nicht alles davon Crafting-Material sind, was du aus der Schmiede kriegst. Das war jetzt... Ja... Ich weiß nicht mehr, wofür es gedacht war. Ah, das... Das wandert irgendwie dauernd von Schmiedeergebnisse zu Crafting. Ist wieder bei Schmiedeergebnisse. Okay... Muss ich jetzt wirklich die ganzen Sachen in der Einsortierungskiste einsortieren? Also, reparieren. Ach, du Scheiße! Nur dafür hat er jetzt... Alter, wir brauchen auf alle Fälle jede Menge zu machen. Boah, ich wünsch dir so'n Mod gäb's in... In Seven Days, was dasselbe macht wie in Terraria. Du klickst ein Button, Quick-Stack, zack, ist alles in den Kisten, wo's hingehört. Äh... Das ist... Das ist so'n gutes Quality-of-Life-Feature, das ist einmal... Ähm... Oh... 762, Monique. Äh... So um die 100 kann ich dir geben. Wenn du willst sogar noch mehr. Minimal. Ja, wir haben keinen LED mehr. Das ist Scheiße. Na, da bist du ja. Okay. Bitteschön. Immer noch kein LED. Dankeschön. Ich guck mal oben nach, aber... So ist das eigentlich nicht mehr abgesperrt, das ist komisch. Ah... Äh... Ja... Krass... Das ist wahrscheinlich... Kann... Du... 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 Das macht aber nur, wenn du ohne Zielen schießt, genauer. Jaja, aber das passt ja. Ich hab mal oftmals in Panikreaktionen... Ach, was sagt er? Welches Level hat die MW? Äh, die ist jetzt Level 6. Und du hast ja nur die Farbe drin. Ich hab da jetzt drei Updates drin, aber es ist egal, was ich drin hab. Das lässt sich so oder so nicht einfügen. Doch eigentlich passt der. Warte mal, ich hab jetzt noch eine Level 4, die wollte ich eh einsortieren. Versuch's mal mit denen, weil auch bei der funktioniert's bei mir nicht. Oh, das hat genau noch gepasst für die zwei Teile, mein Inventar. Perfekt. Der geht echt nicht mehr. Entweder haben sie die Waffe gewechselt, wo das draufgehen kann, oder... Warte, ich hab noch eine Level 5. Okay, das scheinen wir gar nicht mehr zu haben. W-w-w-what? Was haben wir gar nicht mehr? Ich natürlich probier... Schon wieder der Star wird grad hergestellt. Passt. Ich kann's auch mal probieren, wenn's noch mal fallen lässt, ob man's auf die, ähm, Shotgun-Baum machen kann, weil da könnte's was bringen. Ja, auf die Shotgun passt ja. Ja, dann ist das auch ne sehr gute Sache. Dann würde ich das auf die Shotgun schrauben. Weil, Shotgun ist eigentlich die einzige Waffe, die man nicht wirklich zielt. Warum denn nicht? Verlangweilig. Ich mach das bei meiner abgesehenten doppelläufigen Schrotflinte auch immer. Ich ziel da erst. Ich sehe aber grad, das erhöht auch den Schaden um 1 bei der Shotgun. Diese Schadenserhöhungen sind so... Seltsam einfach oftmal. Ja, und auch irgendwie... Es steht, wenn du, ähm, auf Modify gehst, steht da ein anderer Schadenswert teilweise, als wenn du die Waffe nur so anguckst im Inventar. Hm. Da steht bei mir dann beim Modify, meine MR10 hätte 82, und normal im Inventar steht 60 Schaden. Hm. So. Äh, Cripple, ähm. 20% Chance to Cripple Leg on a Bi-Pad-Target. Verkrüpplungs-Munition. Mhm. Dann hab ich ne viele Leister an. Hm. Ich meine, das kann ganz praktisch sein auf ner Schnellfallwaffe wie in der Maschinenpistole. Vielleicht geht das ja da drauf. Ja? Nö. Du machst den dann als... Okay, das erhöht auch schon... Das erhöht auch schon wieder den Schaden um 3. Die Krüppel-Munition. Natürlich. Krüppel-Munition. Krüppel-Munition. Krüppel-Munition, ey. Äh, will jemand ein Sword-Helmet? I need more retarded ammo. More retarded ammo. Ah. Kann man da auch Licht drauf machen? Ja. Weil ich hab kein Licht und ich wollte in die Mine gehen, weswegen ich meinen dann abgebe. Mhm. So. Und hier liegt noch ein ungenutzter Bergbau-Helm. Ah ja, wir können ja jetzt diese Military-Sachen machen. Dafür bräuchten wir Military-Fiber. Wie machen wir das jetzt nochmal, das ganze Zeug? Boah, die war scheiße. Ähm. Nimm dir einfach billige Military-Sachen und zerleg die. Naja, wo das Grip heißt. Hm. Ich guck nachher auch mal nach. Die hab ich machen können. Wo kann man denn Fortify ein Grip drauf machen? Irgendwie fehlen bei den Spielen noch so viele Infos im Sinne von wo kannst du was drauf tun? Das soll mit Alpha 18 kommen. Äh. Auf alles was ein Stab hat. Also die meisten Nahkampf-Waffen. Beide Fliegen sind abgesperrt gerade. Nur blöd, dass mein Vorschlagkammer Level 2 ist. Ich glaub ich müsste mal neue Vorschlagkammer machen, dass die auch mal ein höheres Level haben. Ich hab die nicht mal von Yoshi gekriegt oder nein. Obwohl, Moment mal, das kann ich ja gar nicht machen. Bei Yoshi. Was denn? Vorschlagkammer. Neue. Mit höheren Level. Das kann ich machen, ja. Okay. Oh gut, die sind auch relativ vielig gemacht. Dann kannst du mal ein paar neue machen, dass wir mal ein bisschen höheres Level haben, dass wir die mehr pimpen können. Ich hab das Gefühl, dass das Spiel der einen nur anliebt. Just a feeling. Muss dann nochmal die Samengartenzeug da abpflanzen. Samen. Bank. Genau. Trinken. Trinken. So. Schon mal ein bisschen Holz. Wir haben eh Bäume in der Umgebung. Äh, warte. Money, money. Wo bist du, Opvin? Ich bin beim nächsten Baum. Äh, warte, warte, warte. Gib mir nur ein Stück dazu, bitte. Du bist noch nicht in der Gruppe. Ah, stimmt. Äh, ist Yoshi auch nicht. Warte, ich komm. Achso, ah, ja. Let me in. Let me in. Ist da. Bin drin. Bumm, bumm. Na na na. Ne Kettensäge. Level 6 mit Verbesserung. Sondern noch oben, ist da nicht der Kratol. Okay. Ist nur noch 200 drin. Mal gucken wie das ist. Ich bin noch die von Voraus gewohnt. Dies laut. Oh ja, das lässt sich sehen. So. Brauch noch wer. Okay. Wo ist unser behindert gepflanzter Wald da hinten? Ich mach, ich schlag meine kleine Schneise. Oder eher säg. So. Äh. Mit Replays von anderen 30. Ich werd's sehen nach dem Seven Days. Nach den Seven Days werde ich sehen, ob das letzte einfach nicht da ist. Aber wenn's nicht da ist, dann kann ich da leider nichts machen, weil dann, ja. Das ist blöd. Dumm gelaufen, was? Gute Möglichkeit, XP zu grunden auf jeden Fall. Auch. Ja, wobei der Erdbraucher ist effektiver. Ich versteh dich nicht. Die Säge ist zu laut. Ich sag dir, die Säge ist zu laut. Du wirst nichts verstehen. Bottle of Acid and Maismilch. Schießpulver. Ach du Scheiße. Wir werden so viel mehr von diesem Zement brauchen. Antibiotika. Hasta la Wüste. Medizinkist. Ja, 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 ja. Was? Wir haben übrigens keine Verbände mehr, sehe ich gerade. Da in meiner Kiste müssten welche drin sein, oder? Ich glaube, ich hab ein bisschen was angenommen. Ne, die sind leer jetzt. Was? Hallo Vera, ist auch kein Säge. Seien Sie bitte ruhig, es ist Ruhezeit. Militärische Faser. Schwierig, ne? An dem musst du für, ach du musst du quasi für mich herstellen, Cabo. Ja. Und ich kann aus der Faser dann die Rüstung machen. Ähm. Wo haben wir unser Geld? Na, was heißt, die sind teuer. Das einzige, was da teuer ist, ist Bottle of Acid. Und da haben wir eigentlich über 30 Stück von. Also ich hab einiges an Geld bei mir, aber ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo extra gelandet haben. Ich würde ja noch ein bisschen looten, wenn hier jetzt nicht hier meine Fahrzeuge abgesperrt werden. Kann man irgendwer die wieder aufsperren? Ich guck mal. Ich hab's doch nicht abgesperrt. Ich glaube, Odwin hat, wo wir kurz beendet haben, den Loot rausgenommen. Ich denke. Äh. Ja, warte. Stimmt, ich glaube, ich habe letztes Mal einsortiert, ne? Ich denke. Äh. Ah. Oh, das Ding ist ziemlich beschädigt. Aber was braucht man dafür? Weapon Repair Kids? Einfach nur... Ach Gott, hier oben ist hier jede Menge Bedon. Ah, so. Wo haben wir die wieder? In welcher Kiste? Hier oben. In der mittleren. In der mittleren. In der mittleren. In der mittleren. Bei den Waffen und so, ne? Äh. Ach so, hier. Äh. Waffen, Waffen, Zubehör. Guck mal. Uff. Hier ist gar nichts. Nö, hier ist gar nichts. Da auch nicht. Wie meine Nagelpistole einfach mal Beton setzt. Ja. Der sagt mal, der rät dabei aus. Oh, also ich ziehe hier keine Reparatur Kids. Also da oben habe ich drinnen gesehen, da waren drei Stück drinnen vorhin. Bei den Autopahnen? Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wenn nicht, stelle ich jetzt welche her? Also ganz ehrlich. Ja, mach einfach mal 50. Die kann man immer gebrauchen. Die sind ja auch gebraucht. Mechanical, Öl, Stoff, Hitz und Clearwand. Äh. Keine Nacht. Mechanical. Hier die Dosen nicht einschmelzen, die man von dem Essen bekommt. Die braucht man für das Öl, für die Reparatur Werkzeuge. Okay. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ölstoffhüften. Äh. Wo ist das hier schon? Da? Wo ist... Wo ist denn das ganze Öl schon wieder hin? Das ist doch alles im Crafting gewesen. Ah, da oben. Okay, ich bin echt blind. Ich sag mal We-lang. AiI. So, würdest du sagen wir mal nix hier. Mmh, VERY schlecht wie gel Bye. So. Ah. Also unsereありがとうございます. Unsere werte sind in der Naturalenkiste. Was für Sachen? adorable Radieses! OK, also Gold, Silber und Ziere�� Hernakek desktop. Als wäre ich wirklich ein Stückchen lauter machen, formuliert, ist ja übel. Nee, das haben wir... Ah, warte mal. Eigentlich geht es gar rein. Ob das noch leiser lernt, dass er das sagt. Ja, ich war gerade auf meinem Lichtblatt am Gucken. So. Hier könnten auf alle Fälle schon wieder mal Fallen entstehen, ne? Hier könnte ihre Falle stehen. Oh, blöd. Nicht doppelt wie... So, ja, ich glaube, jetzt ist mal gut Zeit, dass wir die Kiste aufmachen. Ah, habt ihr recht. Gut, Kiste kommt. Mhm, mitte schön. So, so. Bitte, warte. Alter, was war das? Ich brauchte gerade nur irgendeinen Sound von meinem Handy. Wie laut war das im Vergleich zu meiner Stimme? Sehr viel lauter. Bisschen lauter. So, dass es wieder repariert. Ja. Ich dachte gerade ernsthaft, ich habe meine D-Live-Sounds irgendwie verhauen. Ich dachte jetzt auch, dass es kommt von D-Live, ey. Glückwunsch, Trotobi, Mazda-Wolfi, Lichtking Arthas, Webpantor und Reichstacher Fritzel. Und Reichstacher Fritzel, danke für die Laman. Jetzt habe ich es mal gehört, das Blinkling. Ich müsste es echt ein bisschen lauter machen. So, das tun wir jetzt wieder wohin. Keine Ahnung, ich tue es mich hier ran. Das ist so entspannt, hier zuzugucken, oder? Und da fehlt noch ein Block. Yay. Welcher Idiot hat seine Blöcke weggelegt? Ja, es fehlen zwei. Möchte noch jemand schnell mitlooten? Nein, ich mache jetzt hier die Basement. Okay. Das warst du jetzt, oder? Ja. Ich habe schon gedacht, habe ich irgendwas alt noch gelassen. Aber danke für die Zweile. Ich würde in die Mine gehen, also ich kann auch nicht mitlooten. Okay. Warte, dann komme ich mit Yoshi. Oh, okay. Gut, ich schließe dann gerade noch das andere Auto auf. Das andere Auto auf, die ich bin, ja. Habe ich noch. Ja, gut. Wenn du denkst, dass ich dich das glücklich macht. So. So, warte. Ist jetzt eigentlich schon das Fahrrad abgebaut? Nee. Ich lasse die Ketten sich erstmal weg. Äh. Au! Bist du durch... Bist du über die Mine gefahren? Warum ist hier eine Mine gewesen? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Junge. Äh. Auto schließen, ja. Mhm. Okay, das Ding ist... Äh, das Auto... Mhm. Na gut, ist aufgeschlossen. Das gibt's ja gar nicht... Auf. Äh, ja, und umgekippt. So. So. Ready? Äh, hm. Ich darf nicht rein. Hm. Oh, warte. Hm. Äh, jetzt so? Danke schön, Willkampf und Stoma. Und ich merke gerade, ich muss es lauter machen. Ah, jetzt, ja. Okay, ist ja gut schon. Alle, die sich wundern, es ist da, mich so gut entlut, kann ich mir bald einen weiteren Stuhl leisten. Hm. Dankeschön für den Dreimintel. Bist du mir eigentlich auch mal einen neuen kaufen? Hm. Bomba... Der meine hat gar keinen Hydraulikdruck mehr. Du setzt dich drauf und bist immer ganz unten. Bum. Und, und... Es ist so... ... Leider schon immer so, aber langsam eigentlich. Drück mal die Schicks. So. Dann mach ich schon. Der fühlt sich immer noch langsam an. Hölle. Ha. Kapu, was war das gerade für eine Atomexplosion? Ähm... Atomexplosion. Wenn ich dir das verrate, müsste ich dich leider erschießen. Der Stuhl muss quitschen. War das nur das Fahrrad? Ja. Oder hast du da... Nein, nein. Das war nur das Fahrrad. Das war nur das Fahrrad. Zu viel Stuff irgendwie. Ähm... Das ist halt mit AC. Das explodiert halt mal gerne. Irgendwie ist das viel zu ruhig. Das Auto ist gerade schallgedämpft, ey. Ich höre schon bitte. Jetzt immer noch. Ja. Jetzt höre ich's bitte. Mal so. Ähm... Wo sollen noch Bandagen sein? Vielleicht da. Wir sind gleich. Nein, keine mehr da. Äh... Josche hätte sich jetzt die restlichen genommen. Aber ich brauche Aloe Vera. Da waren nur noch drei Stück drin. Es waren zwar mal über 30 Stück drin, aber okay. Drei. Da waren drei drin. Das letzte Mal habe ich, äh... 30 da gemacht. Okay, dann weiß ich nicht, wer der Rest genommen hat. Ich hab eigentlich kaum... Ich hab gar nicht. Ich hab gar nichts genommen im letzten Stream. Ich hab mir beim letzten Stream auch immer welche von anderen geleinigt. Ich hab also noch nichts da rausgenommen. Irgendwo müssen die hier hin. Ich mein, die können ja nicht gefressen werden. Ich mein, ich hab jetzt bei mir noch zwar zehn Stück dabei. Wenn sie gefressen werden können, dann kann es ja nur Herzig-Ärre gewesen sein. Aha. Ich fühle mich genau. Okay. Rollt denn dein Stuhl auch, Trutobi? Ich... Okay. Okay. Wir brauchen viel mehr Zement. Hey, da sind wir ja wieder. Äh... Arne nicht mal irgendwo... 1000... 1000 Zement? Ja, das ist schon alles aufgebraucht. Au. So. Ja, ich bin fleißig. Ich arbeite hier, ne? Haben wir hier schon gelootet? Nicht wie die anderen. Hier. Das ist ne gute Frage. Die Eier schauen. Die geht nicht wieder vergnügen. So. Ist jetzt endlich mal alles eingeräumt. Ich geh mal oben rein. Ich auch. Ja, geht nur oben rein. Dann raue ich immer aus. Ha! Okay. Das kam. Leicht. Oh, da war das. Äh, Radiated. Geh'n Stück zurück. Ja. Tötet sie. Tötet sie. Lalalala. Da ist auch geschmiedetes Saisen. Was willst du? Oh, der lebt sogar noch. Äh... Wir sind auch geschmiedetes Saisen. Da sind die Reparatur-Kits drin. 25 Stück. Wieso geht meine Taschen dann aber nicht? Warte mal. Na, jetzt gleich. Warte. Jetzt kommt man mit runter. Ne, ich brauch' Öl. Jetzt, das war cool. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, da runter zu springen. Ich mach's einfach mal. Ich lande aufm Bett. Alles wird gut. Gute Idee. Ja. Gute Idee. Einen Wrench abbauen. Alles, was jetzt Waffen 2 sind, wird mal zerlegt. Blau hier waren wir auch. Echt noch nicht. Ich wusste schon, dass da was kommt, weil ich hab's schon so bewegen sehen, als wir unter gesprungen sind. Aber... Ne, ich glaub' hier waren wir noch nicht. Dann machen wir auch alles, was unter 3 ist. Oh, oh. Äh. Äh. Schwierig, da. Schwierig. Ja. Pappkarton neu. Ähm. 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 Ich bin nur in der Mine. Ich bin nur in der Mine. Kabu, was brauchen wir? Brauchen wir Blei? Blei. Dafür. Okay. Eieieiei. Wir brauchen Blei. Oh, hahaha. Eieieiei. Da kommt ein bisschen was durch. Oh, ja, ja. Ist jetzt gut. Ich glaub' ich muss die Mine irgendwann noch mit Tom verstärken. Oh. Ah. Okay. Gibt's was noch langweiligereres, als zu sehen, wie ich die Waffen zerliege? Ja. Noch mehr? Da ist cool. Ach Tom. Was ist denn hier? Oh. Äh. Hm. Von rechts hier kommt niemand. Ne? Ne. Oh, ich hab'n Hund. Oh oh. Ja. Fress sie. Tötet sie. Bringt sie alle um. Und ich... Nein, ich bin nicht gehässig. Okay. Was der aus kann. Easy. 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 Läuft, ja. Hey, bald hab' ich, bald hab' ich dann endlich mein letztes Level auf Advanced Engineering. Ich bin kurz vor dem letzten Level. Hm. Das heißt, wir können dann Autotourts machen. Wir können dann Gyrocopter machen. Oh. Ne. Bitte nicht. Gyrocopter. Das heißt fliegen. Übrigens, der Autotourit, der bei uns direkt vor der Tür steht. Ist schön. Kriegt man da nicht mehr weg? Ja. Ohne ihn kaputt zu hauen. Doch, kriegt man schon wieder weg. Man muss halt nur reparieren. Nein. Warte mal. Die Waffe will ich nicht. Nein. Letztes Mal, wo da stand, muss er repariert werden, stand da da. Um ihn zu verwenden. Vielleicht. Aber du kannst ihn nicht aufheben. Um ihn aufzunehmen. Oh, blöde Gramm. Dankeschön für die Subscription. Oh. Oh. Wohan. Alarm, Alarm, Alarm. Äh. Oh. Ja, super. Dich haut es natürlich nicht runter, du Lacker vorm Herrn, ey. Oh, guck mal, hier ist ein Segen. Oh, ich hab ne Schatz gehabt. Und Hauptsache, er findet den Loot instant, ey. Würdet ihr gleich mal an der Schatzkarte, die ich gefunden habe, an der Stelle davon vorbeigehen?